Hallo und herzlich willkommen zurück. Für das heutige Video solltest du bereits mit Vektoren rechnen können. Das Ziel des heutigen Videos ist es nämlich, die Berechnung vom Vektorprodukt bzw. Kreuzprodukt näher zu betrachten. Es geht also um das Fenster Vektorprodukt vom Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Das Vektorprodukt, zwei Vektoren V und W, ist der folgende Vektor. V Kreuz W ist gleich, in Komponenten aufgeschrieben. V1 V2 V3 Kreuz W1 W2 W3 ist gleich. V2 mal W3 minus W2 mal V3. Ganz wichtig, in der nächsten Zeile setzen wir ein Minus davor. Klammer auf. V1 mal W3 minus W1 mal V3, Klammer zu. Und die dritte Zeile, V1 mal W2 minus W1 mal V2. Wir schauen uns das Ganze gleich mal praktisch an einem Beispiel an. Wir haben die Vektoren V mit 1, 2, 2 und den Vektor W mit minus 1, 3, 1 gegeben. Wir wollen nun das Kreuzprodukt dieser beiden bilden. Das heißt, V Kreuz W ist gleich. 1, 2, 2 Kreuz minus 1, 3, 1 ist gleich. Wir wenden diese Formel, die wir hier oben stehen haben, gleich mal an und stellen uns vor, als würden wir im ersten Schritt gleich mal die erste Zeile abdecken und rechnen dann. V2 mal W3, das heißt 2 mal 1 minus W2 mal V3, das heißt 3 mal 2. Als nächstes decken wir die zweite Zeile ab. Und wie schon erwähnt, ganz wichtig, setzen ein Minus davor und machen die Klammer auf. Rechnen V1 mal W3, das heißt 1 mal 1 minus W1 mal V3, also minus 1 mal 2 und machen die Klammer zu. Zuletzt decken wir die dritte Zeile ab und rechnen V1 mal W2, also 1 mal 3 minus W1 mal V2, also minus 1 mal 2. Wir vereinfachen das Ganze und bekommen 2 minus 6, minus 1 plus 2 und 3 plus 2. Wir rechnen das wieder aus und bekommen einen Vektor minus 4, minus 3, 5. Das Ergebnis von unserem Kreuzprodukt V Kreuz W ist also ein Ergebnisvektor, nämlich minus 4, minus 3, 5. Dieses Vektor bzw. Kreuzprodukt hat auch Eigenschaften. Zum einen ist der Vektor V Kreuz W, den ich hier rot eingezeichnet habe, dieser steht normal auf die Vektoren V und W und V Kreuz W bilden auch ein Rechtssystem. Das heißt, wenn ich meinen rechten Daumen in Richtung von V Kreuz W ausstrecke und mit dem Handgelenk schraube, so bekomme ich den kürzesten Weg vom Vektor V in Richtung W. Und damit haben wir auch schon die Orientierung von V Kreuz W festgelegt. Versucht das mal, das ist ganz spannend zu sehen. Und die Vektoren V und W spannen ein Parallelogramm auf. Das heißt, der Flächeninhalt A dieses Parallelogramms ist der Betrag bzw. die Länge von V Kreuz W und somit haben wir auch diese schon festgelegt zum Berechnen.